Wer isst denn bitte seinen Döner mit Gabel? Das wird jetzt hier auf jeden Fall ein kleines Massaker. Mach keinen Show-Döner. Mach so, wie alle den kriegen, okay? Ich teste alle Döner in U-Bahnhöfen oder direkt daneben in ganz Berlin. Rehberge. Was geht ab, meine Schleckermäulchen? Wir sind heute hier beim U-Bahnhof Rehberge und der nächstgelegene Dönerladen ist dieser hier. Döner und Burger. Ich habe auf jeden Fall Hunger mitgebracht. Ja, den checken wir jetzt mal aus und viele von euch haben mir in den Kommentaren geschrieben. Mach mal ohne Kamera, geh mal lieber undercover hin. Aber undercover ist nicht mein Format. Ich will auf jeden Fall immer die Kamera mithaben. Ich will euch die Bilder zeigen, ich will euch den Spieß zeigen, ich will euch die Salate zeigen. Heute machen wir mal eine andere Sache. Heute machen wir einfach mal den Ehrenmann-Test. Das heißt, der Dönerverkäufer bzw. der Besitzer soll uns einfach ein Versprechen abgeben, dass die Döner genauso aussehen wie bei mir. Wer nicht? Kommt mit dem Handy her, zeigt mein Video und sagt, ihr wollt genau so einen Döner haben. Das ist das Ehrenmann-Versprechen und das versuchen wir heute mal abzuhören hier. Los geht's! So meine Schleckermäuchchen, das ist der Döner, wie ihn jeder kriegt. Ich habe ihn extra gesagt, er soll keinen Bestechungsdöner machen, aber ganz ehrlich, ihr wisst Bescheid. Mach keinen Showdöner, mach so wie alle ihn kriegen, okay? Mach keinen Showdöner, alle ihn kriegen, okay? Man sieht auch schon, dünn geschnitten, berollt, also so wie ich es mag. Er hat noch Schafskäse mit reingemacht. Er hat Zumag mit reingemacht. Er hat noch Nah reingemacht, ein bisschen Zitronensaft. Brot ist gut getoastet. Und testen wir mal dieses Mega-Ding hier. Und wie gesagt, kommt mit diesem Video in diesen Laden und sagt, ihr wollt ihn genau so haben. Und ihr kriegt ihn genau so. Also. Gehen wir mal ins Detail. Das Fleisch, wie gesagt, ist Standard-Hack-Döner von Baha. Das heißt überall, wo ihr dieses Logo hier seht, made in Berlin. Und von der Würzung ist relativ identisch alles. Da gibt es ganz bei Baha noch Auswahl zwischen Chickenspieße und diese Kalb-Hack-Mischspieße. Ist gut, hat er dünn geschnitten. Sehr dünn und lockig. Mag ich. Fleisch. Also Fleisch hat ja schon mal Pluspunkte. Was ich auch gut finde, wie rote Zwiebeln. Rote Zwiebeln sind eh gesünder als weiße Zwiebeln. Also wenn es geht, esst immer rote Zwiebeln. Rotkohl ist auch klein gehackt. So wie damals bei Kaplan gewesen. Petersilie mit drin. Gurke, Tomate, Salat, alles knackig. Jetzt kommen wir mal, versuchen wir mal die Soßen rauszufinden. Boah. Das müsst ihr gleich für die ganzen Kollegen mitbringen, ja? Ja. Was habt ihr angestellt? Was habt ihr angestellt? Wurdet ihr verdonnert so? Irgendwas? Nö, gar nicht. Okay. Das ist mal Döner-Sack. 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 Hier bricht schon leider das Brot. Dass da die Soße rausläuft. War ein bisschen übermotiviert, hat dazu vollgepackt. Die scharfe Soße kommt raus. Hat eine leichte Schärfe. Ist gut. Die Knoblauchsoße ist auch gut. Es ist auf jeden Fall ein Massaker. Aber es gehört dazu. Ich finde auch immer komisch, wenn wir im Dönerladen, wenn die so eine Gabel mit reinmachen. Das kannte ich irgendwie nicht so. Also öfter in letzter Zeit, dass die mal so eine Gabel mit dazu machen. Isst man das so mit Gabel? Wer isst denn bitte seinen Döner mit Gabel? Ich meine, da bleiben die Hände sauber und sowas. Aber traditionell isst man doch den Döner so richtig so. Man muss schmutzige Hände kriegen. Es muss voll süffen. Ist ein sehr guter Standarddöner. Also, wenn er jetzt bei allen so aussieht, wie bei mir, wie er versprochen hat. Dann ist es eine 7,5 von 10. Wenn es aber jetzt nur wieder so ein Bestechungsversuch war. Schon mal einen Punkt Abzug, 6,5. Geht gerne hierher, zeigt dieses Video, zeigt diesen Döner genauso in sein Gesicht. Und sagt, so wollt ihr den Döner haben für denselben Preis. Schreibt es gerne in den Kommentaren, ob es geklappt hat. Dann ist es locker eine 7,5. Sonst ein Punkt Abzug wegen Bestechung. Also, wie gesagt, so ist das gut. Eine scharfe Soße kommt gut raus. Knoblauch geht ein bisschen unter. Da ist die scharfe zu dominant. Aber ist ja nicht jeder, geht mit scharfe Soße. Salat knackig, alles knackig. Aber er tropft schon sehr und fällt auseinander. Leider, er fällt jetzt hier auseinander. Und das kann ich mal zeigen. Das wird jetzt hier auf jeden Fall ein kleines Massaker. Also geschmacktisch auf jeden Fall eine 7,5. Das Brot, das Brot macht es ein bisschen schade, dass es reißt. Obwohl das nicht zu krass getoastet hat. Aber ey, wenn ihr über eine Freiberge seid und ihr habt Bock auf einen Standarddöner, kommt her. Macht da nichts verkehrt. Gönnt euch. Das Brot, 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 das Brot. No, no, no.